Wir sind praktisch hier in der Gemeinde Nichen, an der Grenze zu Österreich und wir machen Pizza, Vorspeise, Hausgemachte Nudeln, alles, Fleischgerichte, Pizzeria Helmholtzer, natürlichem Helmholtzer, Gnocchi, Taliatole, Verbuva, Gemüse, Maschineslokal, eine gute Pizza, leicht, knusprig, Schimpelig. Zum Glück gibt es ja Vorspeise und Hauptspeise, Nachttisch auch, da kann man sich schon etwas aussuchen. Jetzt hat man Hausgemachte, Hausgemachte Gnocchi mit Puffala und Tomaten und Rucola, war sehr zu empfehlen. Meine persönliche Pizza ist natürlich, geht nach Jahreszeit zum Beispiel, was sehr gut war, die Spargelpizza mit Bauchspeck, frischem Spargel. Das ist Saisons bedingt und das war ein Kocher. Jetzt, momentan, wir wollen auch noch auf Stempelze. Eine Pizza mit frischem Stempelze und eine Purchette. Das ist ein Traum, gell? Wir haben alle die Ospäne von der Zona Alta Pustaria, amiche, und alle, die hier sind in vacanzöschen, um zu visitieren unser sehr guter Ort, wie bei Baita. Es ist gut, weil es sehr schön ist, auch Pizza Favolosa ist. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.